Moin, heute sind wir im Caritas Haus St. Birgitta und Alina hat hier mittlerweile ihre Ausbildung absolviert. Bevor du diese Ausbildung gemacht hast, hattest du ein ganz anderes Bild von der Pflege. Inwieweit hat sich das verändert? Alles hat sich in vielen Richtungen geändert. Ich habe am Anfang wirklich gedacht, dass das nur waschen ist und ein bisschen mobilisieren und anreichen. Aber wenn man erstmal in diesem Beruf drin ist, dann sieht man wirklich die medizinischen Aspekte und auch dieses Soziale, also im sozialen Bereich. Und ob das jetzt die Verabreichung von den Medikamenten ist, dass das alles richtig gestellt ist oder ob es wirklich jetzt Insulinverabreichung ist etc. Eher messen, alles drum und dran, die Vitalzeichen. Also es wird wirklich nicht nur waschen und anreichen, da gehört wirklich alles dazu.